Dann hinterfragen wir mal den Rest. Äh, nein? Jetzt würde ich das sehen, dass ihr die Wolken beobachtet, mal ernsthaft. Was würde ich das denn wissen? Was würde ich das denn sehen, dass ihr die Wolken beobachtet? Hey, da! Sehen wir die Miner's? Es muss sich um vier oder fünf Tage vorsehen. Es gab ein paar Menschen, die hier kamen, mit den Basen und Pizzen. Ich glaube, das könnte es sein. Ja, das sind sie! Vier oder fünf Tage vorsehen? Ich glaube... Ich glaube, es war eine Frau. Sie war nicht glücklich. In fact, sie sah sehr ernst. Und sie nahmen diesen Weg? Ja, sie nahmen sie direkt von hier. Wir gehen nach ihnen! Na dann. Schauen wir mal, was uns erwartet oder auch nicht erwartet. Ohne dass ich jetzt gegen die Kämpfe muss. Ohne dass ich gegen die Kämpfe muss. Ich habe irgendwie keine Lust auf sie. Dann retten wir mal, ähm, wen auch immer. Ja, Rettungs-Mission. Ich glaube, wir müssen gerettet werden, wenn das so weitergeht. So weit wird weg. Das sind ohne das so. Dann komme meiner hyvin zuern! Ich Ja, was wir sind? Es gibt noch einarilyn. Wartungs-Mission Ich mag die Fische nicht. Ich mag die Fische nicht. Mein Name ist Wanyu. Ich gehöre in Liyue's Shiongyu Hall. Ich stehe unsere Human-Culture- und Civilization-Research. Huh? Are you sure you're not a miner? A miner? Ja, wir suchen eine Gruppe von vier Strongfellas, mit dem Mining-Equipment. Ich... Ich denke, ich habe diese Leute gesehen. Really? Ja, ich fuhr aus Nan Tianmen, den Tag bevor gestern, um auf den Linjyu Pass zu gehen. About halfway there, habe ich ein paar Leute gesehen. Ein paar Männer und ein Kind. Kannst du etwas genauer sein? Ich bin in eine Runde. Ich habe nicht gut gesehen. Ich bin Angst, dass ich nicht genau was sie sahen. Entschuldigung. Ich denke, das ist alles, was wir brauchen. Danke. Ich hoffe, es ist für dich sinnvoll. Ich hätte besser gehen. Es gibt eine Konferenz, die ich muss zum Beispiel. Wieder, danke für deine Hilfe. Es hätte durchaus eine andere Gruppe sein können. Äh, aber... Hey, vielleicht, diese Runde da kann uns noch mehr sagen. Aha! Die Haimann hat fast vergessen, über unsere secrette Weapon. Es sieht sehr promising. Ich werde mein Bestes machen. Es wäre mein Bestes machen. Ich glaube, es war ein guter Weg. Sie folgten diese Straße. Herr Kunjun, dein Ston-Sein ist etwas, was ich nicht vergessen werde. Ich glaube, es ist ein Asset, obwohl ich wenigstens eine Verwendung für ihn finde. Aber die Worte für Herr Zhongli ist eine große Worte. Es ist eine gute Sache, dass wir unseren Kompass der Kunjun-Kompass genommen haben. Wir hätten wir alle Szenen von Direkt ein lange Zeit haben. Du denkst so? Ich glaube, es ist eine Worte wertvolle, dann. Es fühlt sich, wie wir ein Kriminalkass haben. Es ist viel Spaß. Be das wie es möglich ist, wir würden gut zu halten, unsere Gäste hochzunehmen. Fünf fully grown men in einer trance-like state, walking ceaselessly, day und night, über hübsen und monten, leden von einem Kind. Das ist kein ordentlicher Worte. Oh, du bist recht, Herr Zhongli. Wir sollten unsere Worte über uns haben. Das ist nicht alles. Unsere Scholar wurde verletzt von Geo-Bishop Hatchlings. Aber der Level von Aggression die Exhibition hatte war... Unusual. Wir haben viele Klüsse über den Weg gefunden. So far, sie haben uns in die richtige Richtung. Hmm. Die Miner sind in der Richtung der Nantienmann, der Tag vor gestorben. Von hier, sie würden sie nachzudenken, eine gefährlich mountainein-röde. Wenn sie ihre destinationen ist, in der Nantienmann, wir sollten sie mit ihnen beherren. Great! Keine Zeit zu verlieren! Ich habe ein Mark in der Vakilie, gerade jetzt. Wenn Uncle Dai durchsendet ihr hier, es sollte ihn mit uns bringen. Clever thinking! Ein klassisch Zhongli-möv! ist nicht gestattet wie es aussieht ernsthaft ein geohächsen die geohächse die man doch schon die woche schon die wurde schon gekillt ein paar mal erst mal hier hoch sie haben so gesehen irgendwo dahinter ok vielleicht doch ein bisschen weiter weg anstelle dass wir laufen hmm jetzt sieht so aus würde er sich abmühen seems that he thinks he still has work to do Wie könnte er so erschöpft werden? Wie merkwürdig. Ich habe nur gesehen, die Erinnerungen in diesen Fragments. Diese Person hat diese Fragments aus der Mäne gebracht. Er ist einer der vier, die wir suchen. Wie er hier ist, ist das, was wir verstehen müssen. Also, er wurde verabschiedet. Und dann... Abandone hier. Aber wenn sie ihn nicht brauchten, warum ihn hier bringen? Unless etwas passiert. etwas, was ihm zu fallen. Heimann hat genug. Das ist zu mysterisch. Oh, warte einen Moment. Versehen diese Fragments hat meine Erinnerung. Ich habe etwas für Sie. Was ist es? Oh, ist es ein Pferd? etwas für uns? Wie gesagt, bevor ich an Uncle Di hatte, war ich in einer Dase. Nachdem du mit dir auf diesen Fragments fühlt, fühlt sich wie ein Frag ist. Ich war so glücklich, als Uncle Di hat dich ermöglicht. Ich hätte niemals gewusst, dass ich diese Fragments auf diese Fragments selbst hätte. Diese sind ein paar Crystals, die ich aus dem Markt kaufte. Nicht irgendwelche Crystals, glaub ich dir. Diese Purity ist unglaublich rare. Eine für alle von Ihnen. Eine Erinnerung, wenn Sie sagen. Es ist schön. Es ist schön. Oh, wenn die Farben verändert, hast du es verändert. Aber natürlich. Und das ist für Mr. Shang-Li. Huh? Ist etwas falsch? Nicht zu Ihren Willen? Auf der anderen Seite. Ich habe einfach nicht erwartet, dass ich ein Fragments in der aktuellen Situation bekommen habe. Aber danke dir. Ich werde es gut geholfen. Ich bin froh, dass du sie möchtest. Es ist schön, dass du ein Fragments geben kannst, das andere können. Oh, ich sehe mehr Fragments da. Ich muss mich auf diesen Fragments in der Zeit entfernen. Ich habe die Umgebung. Ich werde die Umgebung. Vielleicht gibt es mehr Erinnerungen. Ich werde es noch mehr Erinnerungen gefunden haben. Du bist sicher wie Rocks, huh Kun-Jun? Er kommt doch allein zurecht, oder? Nein. Elemental Reaktionen können produzieren objekte Materials? Ja, sie können. Aber nur eine Minderheit kann über lange Zeit leben. Dramatische Fall kam erst in einem großen Krieg, seit Jahrzehnten. Einfaches Flachstum der Elemental Energie gaben die Elemental Crystals. Als die Krieg geöffnet wurde, diese Geologie wurden mirakulösisch gegründet. Und trotzdem sind sie Crystal-Kreationen alle gleiche. Few und weit zwischen. Relativ nicht bekannt. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Lioh now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Hyman doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Khunjum, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's practically unheard of. Vielleicht hat er Hintergedanken. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Khunjum over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. Allstein, ein seltenes Erdstein, ein erschütterlicher Wierfels. Und wo ist das jetzt? Allstein? Oh. Alles Dinge, die wir schon haben fürs Häuschen. Das ist nicht neu. Ah, hier, Altstein. Ein seltenes Erdstein, ein seltenes Erdstein, ein verlassenes Ort, tief in den Bergen abgebohrt wird. Diese Art von Erdstein kann nur im Adeln in den ältesten Bergen gefunden werden. Vielleicht liegt es an einer extremen Seltenheit, aber viele Händler haben noch nicht einmal von diesen Geständen gehört. Das Erdstein selbst hat eine unglaubliche Klarheit und seine Farben sind schön und fest. Fast scheint es so, als würde es mit einem inneren Licht glühen, dass seine blau-violette Schönheit hervorbringt. Die wehferne und schönheit Sonnenuntergangshimmel ist. Die wenigen Gelehrten, die seinen sehr einfachen Namen, Alterstein, wie du ihn hier, wie du ihn verschenken willst, wäre es am besten, ihn jemanden zu verschenken, der weiß, was er bekommt. Ein alter Stein, also. Kunjun, wir müssen gehen. Kunjun, wir müssen los, ja. Definitiv. Keine Probleme, ich bin hier fertig. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of Orr can shift with the passage of time and the changing of the environment. Gibt es dabei ein Mustard? Difficult to say. I feel that Orr memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Eh. Not cooking. Wow. Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there, too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. Passed auf euch auf. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Piment's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh. Uh. 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 This is... Hey, what's wrong? Just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Hast du etwas entdeckt? Not... Not yet. Huh. Whatever. Piment's gonna investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? Wiss ich, dass es Hinweise im Baum gibt? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Uh. Huh. Oh. Uh. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea? Wait a minute. Paimon can fly. Alright, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you. Come here. Huh? Sean Lee's voice came from... Behind the tree. Did he find another clue? Quick. Let's go see. Maybe he found another miner. Dann gucken wir mal, was Sean Lee gefunden hat. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. That a voice coming from the tunnel? Someone else go first! Compose yourselves. I will lead us in. Hmm. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves. And tread lightly. Neuer Weg für uns, also. Ähm. I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. Oh, that gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere. Until they're at the gate. So behind this seal, bears. What do we do? We can't hurt that. Ah! Ah! Wo sind wir denn da jetzt reingeraten? Der Sieger der Geodrachenechsenkönig 92 90 Your life is mine! The enraged Earth will not absorb you! Retribution! Der wird ne Weile dauern! Wie gesagt, der wird ne Weile dauern! Lass es mal ausprobieren vor allem. Der Zongi scheint gar nicht so stark zu sein. Ich habe noch keine Ahnung, wie man den am besten macht. Der König der Geodraschenechsen. Und so Lengi ist halbtot. Das Schild gegen was. 4000 Schaden aber auch nur. Man sollte also mit dem Schild hier reingehen, ansonsten könnte das schon ein bisschen weh tun. Und 92 ist auch kein kleiner Gegner. Das ist definitiv kein kleiner Gegner. Mit Zongi ist man hier wirklich schön im Vorteil. Stabilize! Das wird noch eine längere Folge, als ich erwartet habe. Stabilize! Tja! Tja! Das ist Ordnung. Ist das nicht genug? Du wirst mich wieder aufschrauben? Wenn das ist, was du glaubst, dann sei es. Er, der schützt das Geheimnis ist bereit, um die Wahrheit zu schützen, wie es sein sollte. Kommt der auch wieder raus? Sein Schutzschild ist hier sowas von positiv. Geheim! Klopsi! Solidify! Stabilize Die Helfer haben wir hier schon unten, also von da her. Ja. 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 Ich bin von Ice und Frost. Burn! Die Erdung der Erde, ich werde dich nicht abschneiden! Gather! der extremer auflade rate braucht man bei ihm vor allen dingen die zuzukehren wird sehr interessant noch werden wir haben gerade nichts um um You've recovered how can that focus your efforts more Went hear me er ist anstrengend der könig vor allem ist aber auch jetzt wo jungen abgeblieben ist er sich ja so eine art aufgelöst ich hänge um die karten bis nach seinem arsch mal wieder überlegen machen es auch andere besser gerade nicht wie man das also wie man den am besten besiegt das ist klar Jetzt haben wir ihn wieder versiegelt. Du sollst es nennen, Ejtahar. Feit! Feit? Feit? So hier liegt die Geist des Gottes. Die Geist des Todes. Du hast es vergessen. Das, das Wunsch? Ejtahar. Huh? Kujun? Morax, es ist schon lange. Du bist... Ejtahar. Das gleiche. Während der Krieg haben wir uns mit deiner Kraft. Haha, ja. Das war alles, was ich konnte. Also, welcher ist der echte Ejtahar? Entschuldigung für die Wahrheit, Traveller. Es gab Dinge, die mir nur klar waren, als ich zu erreichen. Und hier in diesem Baum. Entschuldigung, mich zu erlässchen. Ich bin nicht Ejtahar der ganze Zeit, sondern ein Fragment. So, so there are two Ajdehahs? No, it can't be. That's impossible. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends. From outside and within. Thereby fully destroying the seal. The audacity? Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax. And aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity. And ancient dragon kind. Morax. Do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ejdaha was once a friend and ally of the Geo Archon Morax. With a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. erosion Erosion erupting Erosion up原ers established as his consciousness into oblivion. As me and my allen ended up casting off an amazing world and his memories of defending Lee where the shrawl make him no more way. Easdaha, now incomplete, became ir otherwise. Aggressive. What would you expect? Es war die Menschheit, die die Leylinen gegen mich verletzten. Das ist wahr. Deshalb hast du den Chasm. Deshalb hast du Krieg gegen Morax gewonnen. In dem Beginn, in order zu öffnen neuen Territory und erhöhen Produktion, die Bürger der Liue kamen in den Mountains zu mine. Die Over-Exploitation hat die Leylinen gewonnen, die uns zu uns verletzten. Die Erosion hat uns noch mehr von uns gezwungen gemacht. Kein Problem, wir haben die Möglichkeit, mit der Menschheit zu leben. Wir haben alle Grunde genommen. Morax hat mit uns ein paar seiner Macht, um die Erosion zu verletzten. Aber es war unverletzter. Alles zurück in die Schmerz. Es ist der Natur, eine unverletzte Kraft. Und so, wir haben dich. Und von deinem Willen, ich kam. Ich bin dein Seal. Ich bin dein bestätig Konkret. Folgendes um die Werte zwischen Az'dah und Morax. Du kannst mich verraten, aber du kannst mich nicht verraten. Nein! Nein! Ich bin die Remenante von Ejdaa's Benevolenz. Der Echo von einem Kontrakt, die in stone ist. Ich habe eine Wille, um weiter zu gehen. Eine Wille, um zusammenzunehmen mit Menschen. Nein, nein! Ich bin ich, Ejdaa, von der Elemental Krystal, von der Wege und Erinnerung der Erde, größer als die Räume und die Ozean. Ich werde nicht aufzuhören zu diesem Insekt. Morax ist nicht ein Insekt. Ein Lord über Insekt ist nichts, als ein Insekt! All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as... Jade. Strange. What? What is this feeling? And all this? You are spent. And I will soon disappear. Before I do, you... heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't. But it remains... an inevitable misfortune. Oh man. More... 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 Morex. You call yourself... Zhang Li these days. I do. Well... I'm afraid old habits die hard. To me... You're morex. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet... Du kannst es sehen. Du wirst nicht wissen, dass du ein Dramatiger Dramatiger wundervolst. Für den Sonnen. Ein Paar von Augen. Von Morax zu Ejdah. Das. Ich werde das erinnern. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Hm. Deine Kraft ist fast verwendet. Ah. Perzeptabel wie immer, mein Freund. Willst du gehen? Du und ich? Wahrscheinlich ist das Problem, das von den Minern, die in der Nähe des Seals. Wahrscheinlich. Das ist das Problem. Das ist das Problem, um zu gehen. Um zu schützen, die in deinem Wachst. Hm. Wie immer auf das Geschäft. Los geht's. Oof. Wann, nette Höhle würde ich mal sagen. Oof. Wirklich nette Höhle. Wirklich nette Höhle. Du bist das? Wirklich nette Höhle. Wir müssen zurück und schauen, die Minern. Da ist er. Wir haben die Leute gefunden, und folgt sie direkt hier. Wir haben Mao gefunden, in der Kampffahrt. Wir sehen, er wird okay. Okay. Sadly, we found no trace of the other three. Huh? Young-Kun? What... What is... Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kun-Jun! We should be calling you Ezra. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kun-Jun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ashtaha, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships, are predetermined by fate. They will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago. And would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm. Did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Lioa. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the earth dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence, my inception. Do not forget that I was there with Lioa's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend. God of contracts. I hereby honor our agreement. Thank you, Eichdaha. My life is at an end. I will join the eternal flow of time. And you, Morax, you will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Huh? Is that the real? The real? Yes, don't be alarmed. He is only asleep. Wow. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kujun. Aber was ist mit Eichdaha? Er war ein guter Freund von euch. Er war. Centuries may have passed since then. But events from a thousand years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient Geo lifeforms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made two eyes. Quicker than words could tell, lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the four corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon, bestowed with a touch. The promise of rainwater blessing the ground. Kurz darauf meldet sich Onkel Dive heifelig. Ah. A thousand years ago, Ejtaha attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail down the length and breadth of the mine. Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Ejtaha could sense the stone. Subconsciously, he wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me. Towards Leo. Towards life above ground. He was willing to be sealed away. Die Kraft der Erosion ist beängstigend. And I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger Erosion may bring about. The millennia may come and go. But even a stone may tire. Is that the, is that the, is that the, is that the reason why you decided you have, as Geo-Aquan to return? Personally sealing away an old friend. This is just one form of Erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the Erosion imposed on me by the natural order of this world. But I was a God of mankind. My identity may change. But my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Leo and... Call it... Part of my duty. I must thank you both. No worries. Wartet. Ich möchte euch etwas fragen. Über meine Schwester. I almost forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conrea and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. den Geschwisterchen. den Geschwisterchen. Zhang Li, you're a god. You've lived with thousands of years of history. Surely you experienced the incident. Hm. Uh. I cannot say. Why? You can't even give us a threat of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean, another past grievance? Like the incident with Ejda? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. W- How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. I can't believe it. Would you be ready to find out? Nice. Here's your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past. Many secrets that lie hidden. They have been eroded by time. Forgotten by the people. Abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness, will witness. Those who are born to remember, will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. Kein bluderstein. This tablet was erected by Mountain Shaper. It names Ejtahar as a terrible dragon and serves as a warning for later generations to stay away from this place. From the seal. It's a shame. There is a fine line between good and evil. If the good and evil within him could be summarized in a single sentence. Well, never mind. Schaut leise zu dem Lungie, der unter dem Baum steht. Mitten der Stille ist nur das leise Rauschen des Windes. Ah. Jetzt haben wir auf jeden Fall Überlänge. Wir wissen, ja. Unter dem Drachen bezwinge. Ja. Ich habe mal so gesehen jetzt auch den Neuen. Ein Sonnenkrebs. Das war schon heftig. Na ja. Was soll man sagen. Für den Drachenkönig ist es schade. Er hat durch die Erosion, die Vergangenheit, ein bisschen vieles vergessen. Also gesehen. Der Mensch hat so gesehen auch nicht unbedingt ihn gut getan. Man kann es irgendwie verstehen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das ist die Überlänge. Viel zu viel Überlänge. Das ist die Überlänge. Das ist die Überlänge. Vielen Dank.